Oh, der steht schon lange da. Ein alter Alfa. Der Witt rum rausgesetzt. Morgen! Ja, der hat schon viele Jahre da gewartet. Ist aber ein Automat, original. Sehr viel Patina. Aber auch schon sehr selten. Dieser Alfa, den findet man eigentlich fast nirgends mehr. Wurde einfach da mal stehen gelassen, vergessen. Ich weiss nicht genau, welcher Alfa das ist. Ich denke, es kommt so aus den 70er Jahren. Das sind viele Spuren. Moos wächst schon übers Auto. Baum bringt von unten an. Das ist immer das Schlimmste, wenn ein Auto so im Gras steht. Eigentlich hat die Feuchtigkeit von unten drängt es da hoch. Aber er hat noch die schönen alten Alfa-Felgen. Die originalen Aluminium. Und innen durch hat das auch noch einige Sachen. Ein seltenes Fahrzeug. Ein seltenes Fahrzeug. Die Schlimmste. Die Schlimmste. Die Schlimmste.